Das Volk der Albe verkündet Was nicht Die Sintoras und Kaffalor sind die Bösewichte, wenn man so möchte, aus dem ersten Teil der Zwerge Sie gehören zu den Albe und die Albe haben jetzt das Recht darauf, aus ihrer Sicht zu erzählen, was alles im geborgenen Land passiert ist Es wird darum gehen, ihre Kultur näher vorzustellen und was die Helden so alles erleben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017